Moonball, Episode 4. Ich nehme auf am 15.04.2021. Ihr wisst, das Moonball-Format ist nicht dafür da, um die Interviews zu veröffentlichen, die ich sonst im zweiwöchentlichen Rhythmus raushaue, sondern dafür da, damit ich euch erzählen kann, was mich gerade so in meinem Tennisleben umtreibt, was ich gerade so erlebt habe. Wer sich auf das nächste Interview freut, der muss noch eine Woche warten, da wird eins veröffentlicht. Es ist eine super Folge in meinen Augen geworden. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei der Aufnahme und hoffe, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß haben werdet, wie ich halt hatte während des Gesprächs. Aber jetzt erstmal ein wenig zu mir und was gerade bei mir so los ist. Ja, da wäre an erster Stelle zu sagen, dass ich wieder auf dem Platz stand. Hier in NRW hatten wir ja die Auflage, dass man aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der Halle spielen durfte und jetzt sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass die Außenplätze freigegeben werden. Denn da ist jetzt es erlaubt, in begrenztem Maße zu spielen. Medienspiele sind auf unbestimmte Zeit nach hinten terminiert worden hier im Verband. Aber Einzel sind gerade, zumindest in dem Landkreis, wo ich bin, erlaubt. Es sind auch doppelt unter strengen Maßnahmen erlaubt. Also insbesondere, dass man nur mit zwei Haushalten, glaube ich, auf dem Platz steht. Aber das ist gerade so gelöst, dass halt nur Einzel bei uns gespielt werden können. Und da habe ich mich natürlich nicht zurückhalten können und habe gleich am ersten Tag, wo bei uns die Plätze freigegeben wurden, den Platz betreten, auch den Center Court natürlich Platz 1 getestet und eine Stunde mal so entspannt ein paar Bälle hin und her geschlagen, wie man das so normalerweise macht. Und ja, es war am Ostersonntag, wo ich das getan habe. Ich bin leider nicht so bibelfest und weiß jetzt nicht, ob am Ostersonntag wer wann auferstanden ist. Aber es war auf jeden Fall schön, wieder auf dem Platz eine Art Wiedergeburt zu feiern und ein paar Bälle zu schlagen. Und das hat echt mal wieder gut getan. Die Plätze sind bei uns auch in einem wirklich, wirklich guten Zustand. Da wurde ganze Arbeit geleistet. Also dafür, dass man ja manchmal zum Beginn der Saison das Problem hat, dass sie zu weich sind oder Linien rauskommen oder was auch immer. Da hat sich das erste Spiel wirklich phänomenal angefühlt. Nur danach halt war das Problem, dass das Wetter wirklich grottenschlecht war und man eigentlich nicht spielen konnte, weil es gab Schnee, Regen, es hat gefroren. Es waren teilweise im Minusgrade halt auch und da war dann nicht an irgendwie an Tennis zu denken. Habe es dann trotzdem geschafft, in der Woche nach, danach glaube ich, nochmal zu spielen und zwar mit unserer Nummer 1 aus dem Verein ein paar Bälle zu schlagen. Da habe ich auch gemerkt, das ist nochmal ganz anders fordern, als ich das bei meiner ersten Session irgendwie hatte, auch wenn wir uns nur entspannt quasi Bälle hin und her geschlagen haben. Aber da war ich am nächsten Tag doch mit größerem Muskelkater ausgestattet, als es vielleicht sonst der Fall ist. Und ich gemerkt habe, ich muss ja noch langsam reinkommen, denn ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Apple Watch umgehabt während des Spielens und habe mal so ein bisschen dann auch auf meine Werte danach geguckt. Wie entwickelt sich mein Puls? Wie überanstrengend bin ich halt? Wie schnell geht er runter, wenn ich mal Pause habe? Und da werde ich bestimmt nochmal näher darauf eingehen in einer anderen Folge, wenn ich das ein bisschen weiter analysiert habe. Wollte diese eine Tennis-App auch noch ausprobieren, wo so ein bisschen noch mehr Daten erfasst werden. Aber das war mal ganz spannend zu sehen, wie sehr ich meinen Körper dann doch fordere beim Tennis, weil man ja dann irgendwie doch mehr oft mit dem Ballholen beschäftigt ist oder mit dem Bällesammeln beschäftigt ist, als mit dem Spielen. Aber das gab meine, ja, meine Pulskurve irgendwie nicht so her. Da hat man schon gesehen, dass ich noch nicht ganz viel am Training drin bin und mich das doch schon sehr, sehr anstrengt. Und ich habe es ja, wie gesagt, am nächsten Tag auch einigermaßen in den Knochen gemerkt. Aber es hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass das jetzt erst mal so weitergeht. Genau. Und ob es so weitergeht, da ist ja in meinen Augen gerade viel davon abhängig, wie sich die Zahlen bei der Corona-Thematik entwickeln. Also die Lage ist ja offensichtlich gerade ernst. Also wenn man sich auch mal die Seite des Intensivregisters ansieht, das ist schon heftig, wie ausgelastet die Intensivstationen gerade in Deutschland sind und dass es da Ecken und Gegenden gibt, wo man gerade eigentlich nicht auf die Intensivstation möchte, weil halt kein Platz mehr da ist. Also man möchte ja sowieso nicht davon mal abgesehen. Aber die Lage ist gerade ernst. Und jetzt wurde ja auch diese Bundesnotbremse auf den Weg gebracht. Und da bin ich sehr gespannt, was das für Auswirkungen auf den Tennissport haben wird. Also ich persönlich befürchte, dass wir zwar dadurch endlich einheitliche Regelungen quasi auf den Weg gebracht haben, allerdings die dann doch wieder unterschiedlich gehandhabt werden. Denn wir haben es ja beim Tennis bereits erlebt in den letzten Monaten, dass in einigen Bundesländern das Spielen in der Halle erlaubt war. In anderen war es nur draußen erlaubt. In anderen war es völlig verboten. Und ich durchaus befürchte, dass wenn die Inzidenz hoch ist, dass das dann zu den Maßnahmen gehört, dass auch die Tennisplätze außen wieder zugemacht werden. Also die Gesetzestexte, die ich da bisher gelesen habe, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, aber da steht halt wieder so widersprüchliches Zeug drin, dass die Sportanlagen, glaube ich, einerseits zugemacht werden sollen, bei einer gewissen Inzidenz andererseits halt einzeln und Sport zu zweit erlaubt sein soll. Und ja, wir wissen ja alle, wie Corona-konform Tennis zu betreiben ist und wie sehr ich mir das wünschen würde und wie sehr wir uns das wahrscheinlich alle wünschen würden, dass wir immerhin weiter Tennis spielen können. Aber ich, also ich wage jetzt nicht irgendwie eine Voraussage zu machen, wie das in NRW aussieht, aber ich befürchte tatsächlich, dass es da aufgrund der Bundesnotbremse, wie sie da genannt wird, dass wir wieder einen Flickenteppich haben werden beim Tennis, weil das jeder Landkreis, jedes Land wieder unterschiedlich auslegt, was das genau bedeutet. Also vielleicht ist auch so ein gewisser Grundpessimismus drin, aber aktuell glaube ich oder befürchte ich, dass ja vielleicht die Tennisplätze uns wieder zugemacht werden und das nur ein sehr, sehr kurzes Vergnügen war und dass das natürlich nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, das ist klar. Ich fand es auch sehr gut, dass es in dieser Woche einen Beitrag bei Frontal 21 im ZDF gab. Das ist übrigens eines meiner Lieblingsmagazine im Öffentlich-Rechtlichen. Das gucke ich eigentlich sehr gerne. Und da war das Thema Breitensport und dass das eigentlich fatal ist, dass halt viele Vereine gerade zu sind und nichts gemacht werden kann. und auch Tennis wurde sehr prominent adressiert und wie ich fand auch sehr gut inszeniert in der Form, dass man gesehen hat, beim Tennis stehen die Leute ja echt weit voneinander weg und dann auch draußen, wo die Ansteckungsgefahr wohl nach einhelliger Meinung nicht so groß sein sollte. Also panisch gut gemacht. Ich hoffe halt, dass das vielleicht bei den wichtigen und richtigen Leuten gesehen wird, dass man dann sich vielleicht dem besinnen kann, dass Tennis betrieben werden darf. Draußen von mir aus auch nur einzeln, aber zumindest, dass man nicht komplett die Anlagen dicht macht. Das würde ich mir gerade sehr, sehr wünschen. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach drauf und bis dahin versuche ich öfters mal auf dem Tennisplatz zu stehen, damit man ja mal wieder zumindest kurz das Vergnügen genießen kann. Und sonst mache ich halt das, was ich die ganze Zeit schon versuche. Ich behalte mir den Optimismus und es ist auch nicht alles so schlecht, wie dann die Schlagzeilen das dann immer machen. Denn man sieht ja, dass die Impfquote deutlich bergauf geht. Ich kriege auch immer mehr im persönlichen Umfeld mit, dass Leute ein Impfangebot bekommen haben oder die erste Spritze bekommen haben. Und ich sehe da durchaus Licht am Ende des Tunnels, dass wir irgendwann auch wieder zur Normalität zurückkehren. Aber wenn auf dem Weg dorthin die Tennisplätze offen bleiben, dann würde mich das sehr, sehr freuen. Und ja, das hoffe ich, bleibt mal so, weil sonst muss ich wieder hier mein hochintensives Intervalltraining machen. Denn das habe ich tatsächlich jetzt ein bisschen pausiert, weil ich wieder Tennis spielen konnte und wollte und auch jetzt öfters joggen war und das jetzt gerade mal als mein Sport so nehme. Und ja, mal gucken, wie ich mich dann jetzt weiterhin fit halten kann. Ja, das wäre es dann, glaube ich, auch soweit, was ich noch loswerden wollte. Also so ist der aktuelle Stand. Also Main-Spieler, LK-Turniere, klar, liegt alles brach. Da gibt es dann auch irgendwann hier später wieder ein paar spannendere und emotionalere Sachen, die ich irgendwie erzählen kann. Aktuell kann ich hier nur halt die Aussicht darauf stellen, dass ich noch ganz viele andere Themen habe, die ich hier irgendwann mal einbauen werde. Insbesondere, was ich hier schon angedeutet habe, meine Tennis-App und meine Daten, die ich dabei erfasse. Aber da wird es dann die Tage mal was geben. Ansonsten bin ich natürlich dankbar über eure Anregungen. Wenn ihr aus dem Tennis-Alltag eines LK-22-Spielers mehr wissen wollt, dann sagt Bescheid. Dann werde ich mir durchaus noch andere Themenwünsche zu Herzen nehmen und dann die hier vielleicht auch verarbeiten. Aber ein paar Themen habe ich noch, keine Sorge. Ich bin dann noch kreativ genug. Und wenn es dann auch mal wieder losgeht mit emotionalen Partien, dann werdet ihr hier auch wieder, ja, so Voicemails von nach dem Spiel eingespielt bekommen und noch ein paar andere, ja, emotionale Sachen von mir hören, wie sich der Tennis dann wieder, ja, richtig bei mir entfaltet, wie ich dann wieder erzählen kann, wie gut oder schlecht gewisse Sachen gelaufen sind. Bis dahin, ja, passt euch auf euch auf. Hört euch nächste Woche auf jeden Fall das, ja, aktuelle Interview an. Und wenn ihr das kürzlich erschienene mit der Sabine noch nicht gehört habt, dann holt das gefälligst nach. Denn das war auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und bis dahin, macht's gut.